Ja, Mahlzeit miteinander, es ist 20.06 Uhr und es ist heute ein Tag mehr wie gestern. Nein, also ich werde ja seit Tagen bombardiert mit Anfragen zum Migrationspakt. Nun hat auch ein Freund von mir mir gerade gesagt, ich habe das gelesen, es ist empörend. Ich habe das ja nur ganz am Rande verfolgt, gebe ich zu. Und der Hauptgrund war zweierlei. Erstens habe ich gesehen, schlaue Leute, die sich da reingefuchst haben, haben schon viel Videos dazu gemacht. Also man kann ja zum Beispiel die Videos von Martin Sellner, aber auch andere haben zu diesem Thema schon Videos gemacht, die hinreichend wichtig sind. Aber ich dachte, vielleicht gibt es auch in meinem Kanal noch Hörer, die wie ich das eher ausgeblendet haben. Und das scheint tatsächlich eine Sache, auch wenn ich es am Anfang selber auch ein bisschen verdrängt habe. Denn es ist so, es scheint eine wichtige Sache zu sein, um den Satz zu beenden. Es ist ja so, eigentlich ist die UN eine Pappkameradenorganisation. Also wo man sagt, naja, da wird viel beschlossen und viele Resolutionen getroffen, wenn der Tag lang ist. Ich habe das nicht so richtig ernst genommen und sitze immer noch mit einer halben Backe da und denke mir, kann man das wirklich ernst nehmen? Weil die UNO beschließt, wie gesagt, viel, wenn der Tag lang ist. Ist das von Relevanz? Ich kann das nur schwer beurteilen. Nun gibt es große, schwergewichtige Politiker und Politkommentatoren, die sich das ganz auf die Fahne geschrieben haben, dagegen zu kämpfen. Also muss ich annehmen, dass es möglicherweise doch nicht ganz ungewichtig ist. Die Sache liegt ja nun so. Es ist meine Meinung von Anfang an gewesen, sobald ich davon gehört habe. Die meisten Länder würden sich an das, was da beschlossen wird, nicht halten. Das ist so ein bisschen, wie viele internationale Verträge und Pakte gibt es? Ich sage nur Klimavertrag. Wer ist der Einzige, der Diesel abschafft? Na? Deutschland. So. Wir sind die Arschgeigen, die sich am Schluss an alles halten. So. Deswegen lehne ich den Migrationspakt der UN natürlich auch ab. Das ist klar. Aber ich habe ohnehin nicht die Vorstellung, dass sich 99 Prozent werden sich sowieso nicht dran halten am Schluss. Und dann ist, wie alles, was die UN sagt, eigentlich nur eine gut gemeinte Erklärung. So. Also das ist, mein, für Deutschland ist es schlecht, weil, wie gesagt, wir Deutschen nehmen die Sachen immer sehr ernst. Als einziges Land der Welt. Kann man nach Frankreich gehen? Wenn man gar nicht, man muss ja in der Welt nicht weit weg gehen, dass man sagt, man sucht sich die Schurken in Amerika, Brasilien oder sonst wo. Gehen wir mal nur nach Frankreich. Was haben die dort? Die haben dort überall ihre nicht besonders sicheren Atommeiler hingepflanzt. Die scheißen sich was um, die Deutschen sorgen um die Atomangst. Und ich kann euch sagen, wenn in Frankreich ein Atomkraftwerk hoch geht, dann sind wir auch all platt wie die Flundern. Also gut, nicht vielleicht platt und tot, aber gut ist es für die Gesundheit und die Langlebigkeit jedenfalls nicht, denn es ist ja ganz in der Nähe. Und in anderen Ländern ist es auch mit anderen Sachen, die uns umwelttechnisch ETPT berühren, auch sagen die ja, interessiert uns den Scheiß. So wie dieser Plastikwahn, das ist sowieso nochmal so eine Sache. Umwelt ist sowieso so ein zweischnelles Thema. Ich persönlich bin eigentlich sehr umweltbewegt und mich bewegt der Schutz der Umwelt persönlich sehr. Andererseits ist es ja auch so stark von Wahn und Irrationalität durchsetzt. Ich nehme nur mal das Umweltthema als Vergleich zum Migrationsthema. Denn auch dort gibt es ständig Beschlüsse, internationale Verträge, Selbstverpflichtungen und, und, und. Und am Ende hält sich außer den Deutschen kein Schwein dran. So. Und ich habe bisher eigentlich angenommen, und das ist nach wie vor eine von mich vorwiegende Ansicht, dass sich die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl der Länder, egal was dort in der UNO über Migration beschlossen hat, wird, ohnehin nicht dran halten werden. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass große Länder wie Australien oder, 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 USA oder Russland oder China klar sagen die dann, ja, ja, das finden wir eine tolle Idee. Das setzen die nie um. Nie. Selbst in Europa waren es die meisten, selbst wenn sie, es gibt ja nun auch mittlerweile die ersten, die wieder aussteigen. Also Polen hat es gesagt, sie sind raus. Also ich muss sich gerade noch mal auf den Blog nachgucken. Ach nee, es war eine Twitter-Meldung. Naja gut, jetzt ist es wieder weg. Also einige Länder haben schon, Japan war es glaube ich. Und Österreich hat ja nun ganz als großes europäisches Land gesagt, wir gehen da raus und machen das nicht mit. Und die steigen also immer mehr aus. Es ist ja leider so, in der UNO ist es ähnlich wie in der EU. Herr Juncker hat das mal so schön gesagt. Wir beschließen was und wenn es nicht allzu viel Aufschrei gibt, machen wir weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Das hat er wirklich gesagt. Also das ist jetzt mal nicht vieles an Zitaten wird ja so kolportiert, wo man vorsichtig sein muss. Haben die das wirklich so gesagt? Dann kann man nie ganz sicher sein. Aber in diesem Fall kann man sicher sein. Er hat es wirklich so gesagt. Saufnase Junker. Also das ist jetzt auch keine böse Nachrede, sondern man weiß, der Mann hat ein Alkoholproblem. So, so. Damit kann man ja menschlich Mitleid haben, aber dann muss man eigentlich nicht führende Ämter in irgendeiner Organisation haben. Also so bietet sich das eigentlich. Und diese Geschichte ist, wenn sie ernst genommen wird, was nun den Migrationspakt, das ist etwas, was die UNO beschließen möchte. Eine Übersicht darüber sehe ich hier auf dem Blog von Jürgen Fritz. Da gibt es als Einleitung zur Erklärung, was es ist. Am 10. und 11. Dezember soll in Marrakesch, Marokko, der UN-Migrationspakt unterzeichnet werden. Nach der vollständigen Lektüre, glaube ich, sagen zu können, ich habe noch niemals einen Text gelesen, der so voll von Hybris und völliger Verabschiedung von jeglichem Realitätssinn. Voll von Heuchelei und Verlogenheit, von Augenwischerei und Mimikrie. Doch bilden sie sich selbst ein Urteil, JFB, also Jürgen Fritz Block, veröffentlicht hier den gesamten Text des Global Pact Compact, sogar ein Compact, nicht nur ein Pact, for safe, orderly and regular migration, also globaler Pact für sichere, geordnete und regulierte Migration. Das ist ein riesiger Text und der Text ist, ich habe ihn nur überflogen. Aber Jürgen Fritz hat dankbarerweise wichtige Sachen rot markiert. Ich bringe aber mal seine Einschätzung vom Anfang, teilweise, weil sie, glaube ich, die Beurteilung eines Mannes, ich glaube, der ist ja auch Anwalt, wenn ich es richtig weiß, also der ist mit der Sprache des Justiziablen vertraut. Offensichtlich, schreibt er, ist hier ein gigantisches Umsiedlungsprogramm geplant, wie es die Welt noch keines gesehen hat. Und dieses Programm richtet sich vor allem gegen eine Seite, gegen Europa, gegen die europäischen Völker, die Stück für Stück ihrer Souveränität beraubt, die voll und ganz auf ein großes Ziel eingeschworen werden sollen, um sich um die massenhaft nach Europa strömenden Immigranten zu kümmern. Alles für diese zu tun, damit die sich so wohl wie nur möglich fühlen. Das ist die Beurteilung von Jürgen Fritz, den man als, ich glaube, doch angesehene, respektable Person betrachten muss. Also auch wenn man den ganzen Pakt nicht lesen mag und man sich darauf angewiesen sein lässt, dass man sozusagen die Gesamteinschätzung anderen überlässt. Für mich bleibt natürlich die große Frage, wer hält sich dann daran? Also ich weiß zum Beispiel nicht, hat China gesagt, sie unterschreiben es? Hat Russland gesagt, sie unterschreiben es? Hat die USA gesagt, sie unterschreiben es? Viele andere Länder. Von einigen weiß man ja den Ausstieg. Oder jetzt ganz brisant, neu der Präsident in Brasilien. Würde der von Brasilien es unterschreiben? Ich habe halt den Verdacht, viele unterschreiben das, wie das Kyoto-Klimaprotokoll und andere solche Protokolle. Auch die meisten Länder haben ja auch die Menschenrechte unterschrieben. Oder bekundet, ja, ja, wir halten uns daran. Aber wenn man sich Klima ansieht und Menschenrechte und anderes, was Leute international unterzeichnet haben, halten sich die meisten Länder an solcherlei Pakte nicht. Aber wir Deutschen nehmen es mit solchen Dingen immer übergenau und sind dann im Schluss die einzigen Deppen, die es machen. Das ist, was mich als Deutscher beunruhigt. Also hier wird einiges rot hervorgehoben aus diesem Pakt, das ich mal vorlese und dann versuche meine Deutung dazu geben. Flüchtlinge und Migranten haben Anspruch auf die allselben allgemeinen Menschenrechte und Grundfreiheiten, die stets geachtet, geschützt und gewährleistet werden müssen. Also an sich ist es erstaunlich, dass so ein Satz überhaupt in einen zu unterzeichnenden Takt muss. Denn natürlich genießen Migranten und Flüchtlinge die gleichen Menschen allgemeinen Menschenrechte. Nur ist es ja so, wie ich vorhin sagte, in den meisten anderen Ländern außerhalb Europas jedenfalls waren die Menschenrechte nicht geachtet oder nur sehr eingeschränkt. In den arabischen Ländern und in Asien hat man von Menschenrechten nicht die Vorstellung wie in Europa. Dort werden sie weithin nicht geachtet. Selbst ein so hoch nobles Land wie Japan, wenn ich mir dort ansehe, wie dort Leute in Gefängnissen behandelt werden. Nun muss ein Gefangener ja nicht ins Nobelhotel, aber trotzdem. Also auch wo man es nicht erwartet, Menschenrechte werden in den meisten Ländern außerhalb Europas nur eingeschränkt geachtet. Die werden aber auch nicht massenhaft Flüchtlingsströme bekommen. Da hat Herr Fritz mit seiner Einschätzung recht, es richtet sich gegen Europa. Kein Mensch wird Saudi-Arabien verklagen vor dem UNO-Gerichtshof oder die deutsche Regierung wird nicht aufhören, mit Saudi-Arabien Waffenhandel zu betreiben, weil Saudi-Arabien sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Das wird nicht passieren. Oder man wird auch nicht aufhören, mit China zu handeln, wenn China sagt, wir nehmen aber keine auf. Und auch China wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Flüchtlinge aufnehmen. Vielleicht so mal 10 als Symbol. So Japan hat auch mal, ich glaube 16 oder so. Und dann haben die nach einem Jahr gesagt, die sind unverträglich und die wieder rausgeschmissen. Das würden die Länder machen, also vielleicht als Feigenblatt oder vielleicht nicht mal das. Und Europa wird gegen diese Länder nicht vorgehen. Es richtet sich also de facto tatsächlich nur gegen uns Europäer. Und kommt hier viel Blabla. Hier ist natürlich nicht... Was das ist, das bestätigt natürlich hier meine Sicht. Dieser globale Pakt stellt einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen dar, der auf den Verpflichtungen aufbaut, die sich die Mitgliedstaaten in der New Yorker Erklärung Verflüchtlinge und Migranten geeinigt haben. Also es obliegt sozusagen tatsächlich Expressis Verbis den einzelnen Staaten, ob sie sich wirklich daran halten wollen. Und wer sich daran halten wollen wird, sehen wir. Also es sind dann wieder Deutschland und die üblichen Verdächtigen. Das bestätigt eigentlich mein Vorurteil gegen diesen ganzen Solms. Es ist eine schöne Absichtserklärung, die außereuropäische Länder sich als Arschwisch verwenden werden. Dann kommt hier sehr im Ausdruck von Entschlossenheiten dieses... Wo lernt man eigentlich so ein Paragrafen Deutsch? Das ist ein kleines Ärgernis bei allen Leuten, die hier mir in der Zuhörerschaft selber Juristen sein mögen. Warum das ist, dass so viele Politiker Juristen sind oder so viele Juristen Politiker, muss mir auch mal einer erklären. Gut ist das für das Wesen des Politischen nicht. Juristen haben so eine bestimmte Denkungsart, sage ich mal so ein bisschen flapsig. Die haben eine bestimmte Art zu denken. Und die mag ihren Nützen haben, dort wo die Juristerei betrieben werden soll. Aber in der Politik ist es nicht so gut, dass so viele Politiker Juristen sind. Ist meine Privatmeinung. Sondern da müsste mehr ein Mix von vielen Berufshintergründen rein. Aber wäre jetzt ein anderes Thema. Und man sieht es an Verträgen, an Gesetzesentwürfen. Viele haben ein Kauterwelsch, das der Bürger kaum versteht. Oder hier ist zum Beispiel schon eine Richtung. Von entscheidender Wichtigkeit ist es, dass die Herausforderungen und Chancen der internationalen Migration uns einen statt uns spalten. Also dieses Diversity-Prinzip wird hier im Prinzip betont zu sagen, ja, man darf sich nicht spalten lassen. Sondern was hier als spalten lassen, ist ja immer so ein Vorwurf, der kommt, wenn irgendeiner etwas kritisiert. Also das war schon im Ostblock so. Dann galt man als Spalter oder auch im Nationalsozialismus. Wenn man das Regime kritisierte oder das Vorgehen des Regimes, dann wurde man als Spalter diffamiert. Man hetzt die Leute dann gegeneinander auf. Also die Kritik gilt dann nicht mehr dem Sachverhalt, der schlecht ist, sondern der Kritiker wird kritisiert. Der, der auf einen schlechten Zustand hinweist, wird hier gebranntmarkt. Das ist sehr fatal. Wir haben gelernt, heißt es hier, dass Migration ein bestimmendes Markmal unserer globalisierten Welt ist. Ja. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. So nach dem Motto Inschallah, so Gott will. Die Welt, wie sie ist, ist kein Ergebnis eines zufälligen Würfelspiels. Es kommen nicht Dinge über uns, wie im Alten Testament, wo der Herrgott irgendetwas beschließt und dann setzt sich die Welt nach Gottes Wunsch in Bewegung. Das kann man ja glauben. Unabhängig davon will ich jetzt nicht kritisieren. Darum geht es mir nicht. Wir können aber als Politiker nicht davon ausgehen, es gibt schicksalshafte. Das ist jetzt halt so. Marke hat das ja auch gesagt. Nun sind Sie mal da. Das ist Alternativlosigkeit in einen Pakt geschrieben. Migration ist ein bestimmendes Markmal der globalisierten Welt. Es wird festgeschrieben. Es wird als unabänderliche, hinzunehmende Tatsache festgeschrieben. Also jede Art der Steuerung, der Gegenlenkung wird als widerlogisch, als unnatürlich. Wie wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich verlange besseres Wetter von der Regierung. So wird das hier dargestellt. Es ist eine Art fatalistische, es gibt auch keine, die das gesteuert haben, sondern es ist wie Schicksal, es ist nun mal so. Migration ist das bestimmende Markmal der globalen Welt. Nimm es hin, wir sagen, dass das unabänderlich ist. Und dann auch hier, manchmal liegt ja die Dings im Detail, der Spaß im Detail. Wir müssen außerdem allen unseren Bürgerinnen und Bürgern objektive, faktengestützte und klare Informationen über die Vorteile und Herausforderungen der Migration vermitteln. Um irreführende Narrative, die zu einer negativen Wahrnehmung von Migranten führen, auszuläumen. Also hier geht es nicht um objektiv, auch wenn sie sagen, sondern die negative Wahrnehmung ist auszuräumen. Und es gibt Vorteile und Herausforderungen. Es gibt keine Probleme. Also Probleme gibt es nicht, weil wer das negativ wahrnimmt, der lügt per Definition des Vertrags. Weil Migration grundsätzlich vorteilhaft ist und vielleicht Herausforderungen hat, aber es führt nicht zu Problemen. Und wer das negativ wahrnimmt, der muss mit Informationen und Narrativen beseitigt werden. So steht das hier. Das ist schon ein starkes Stück. Und dann kommt wieder viel Blabla. Interessant ist auch dieses. Er, der Pakt, beabsichtigt die riesigen und prekären Situationen, denen Migranten in verschiedenen Phasen der Migration ausgesetzt sind, zu mindern, indem ihre Menschenrechte geachtet, geschützt und gewährleistet werden und ihnen Fürsorge und Unterstützung zu kommen. Er soll förderliche Bedingungen schaffen, die es allen Migranten ermöglichen, unsere Gesellschaften durch ihre menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen zu bereichern. Das geht natürlich in die Richtung eines Sozialstaates und eines Staates, der Kohle rüber wachsen lässt. Das ist klar. Aber prekäre Situationen, also klar, da denkt man vielleicht auch an die Schiffe, also so nach dem Motto, am besten lassen wir gleich die einfliegen. Die heben nur die Hand und sagen, ich Deutsche Land, Asyl, das reicht schon, dann macht sich gleich die Lufthansa auf Steuerkosten auf nach Afrika und nach Arabien und holt die ab. Das ist der Traum, der dahinter steckt, hinter diesem Satz. Alle Risiko, alle Risiken und alle prekären Situationen sind zu beseitigen. Das heißt, dann müssen wir jeden, der zuruft aus irgendeinem Land der Welt, Asyl Deutschland, abholen auf Steuerzahlerkosten. Das ist, wenn man das umsetzen oder wenn man diesen Satz ernst nimmt, wäre das die Konsequenz. Weil schon, dass sie selbst sich aufmachen müssen, ist ja ein Risiko und ist prekär und zwar durchaus sehr. Ja, das wäre die logische Konsequenz dieses Satzes. Jeder, der in einem anderen Land schreit, ich will nach Deutschland, muss der deutsche Steuerzahler auf seine eigenen Kosten einfliegen lassen. Das ist die Konsequenz dieses Satzes, wenn man ihn ernst nimmt. Inklusion und Zusammenhalt fördern, wir wissen alle, was das heißt. Knete. Es geht immer um Geld letztlich. Es geht im Leben nur um drei Dinge. Um Sex, Geld und um Macht. Also, es geht auch ein bisschen um anderes, aber im Kern. Das sind die drei großen Dinge, die es im Leben geht. Sex, Geld, Macht. Das ist das, was die Menschen wollen. Oder was sie verstört, wenn sie es nicht kriegen. Sex ist klar, das ist ein anderes Thema. Wobei, auch hier wage ich die Behauptung, und das mögen mir meine Zuhörerinnen verzeihen, dass so manche von denen, es ist ja auffällig, und das ist jetzt kein dummes Gerede von mir, dass eine überdurchschnittliche Zahl derer, die Refugees Welcome geschrien hatte, Frauen waren. So, es waren wesentlich mehr Frauen wie Männer. Und man sieht in diesen Social Justice Bewegungen, die das fördern, auch überdurchschnittlich viel mehr Frauen wie Männer. International. Und ich habe den Verdacht, bei diesen Frauen, die da mitrennen, sind auch die sexuellen Bedürfnisse projiziert auf diese Flüchtlinge. Das ist denen Frauen, die da Refugee Welcome plannen, nicht so richtig bewusst wahrscheinlich. Aber ich glaube, das spielt eine nicht ganz geringe Rolle, dass man sich den exotischen, männlichen, fremden, herbeiwünscht, der gegenüber dem etwas blassen deutschen Manneken Exotik und anregende Sexualität verspricht. Ich glaube, das ist ein klares Motiv. Denn Leute werden immer von unbewussten Motiven gesteuert, auch Männer wie Frauen, jeweils von ihren eigenen. Das darf man nicht denken, dass Menschen das völlig trennen könnten von ihren politischen Vorstellungen. Das ist ganz klar. Aber bleiben natürlich Macht und Geld. Die Grünen und SPD-Anhänger, so wie in den USA die Demokraten, erhoffen sich natürlich von diesem Zustrom Wählervolk. Das ist ganz klar. Also in den USA ist das ja ganz perfide. Die Demokraten versuchen alles, um zu grosten, wie man nur so in Bayern oder so ähnlich sagt. Ich habe das Wort wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen. Aber den Zugewanderten versuchen die Demokraten, also die linkere Partei in den USA, schon seit Jahren das Stimmrecht zu verleihen. Weil sie wissen, die wählen überwältigend die linke Partei, also die Demokraten. Und das ist auch, wenn die Araber und Afrikaner, die nach Deutschland kämen, alle AfD und CDU wählen würden oder überwiegend, wäre die grüne Partei und die Sozialdemokratie an der Spitze von Macht die Mauern, Baut die Mauer auf Bewegung. Aber das könnt ihr mir glauben. Wenn die wüssten, Türken, Araber und Schwarze würden hauptsächlich konservative Parteien wählen, wie AfD und wie, sagen wir mal, auch noch CDU, CSU. Die grüne Partei würde CETA und Mordio schreien und sich an die Spitze von Grenzendichtbewegungen. Frau Roth würde sich zusammen mit der identitären Bewegung einreihen. Wenn bekannt wäre oder wenn es so wäre, dass die ganzen Zuwanderer alle AfD und CDU wählen würden, dann stünde ja der Name von diesem grünen Typ, den kann ich mir nicht merken, ich weiß nicht warum. Habeck heißt ja so, Habeck. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam drin. Herr Habeck, Herr Hofreiter und Frau Roth würden zusammen mit Herrn Sellner vor Grenzendicht demonstrieren. Nein, ganz bestimmt. Das geht um die Macht, um nichts weiter. Dieser alte Witz, dann holt euch doch ein neues Volk, das machen die gerade wahr. Es geht um Macht. Es geht immer um Macht und um Geld. Die Macht im Wesentlichen, denn Geld ist auch nur ein Mittel der Macht. Man ist, das weiß man aus Studien über Reichtum, man ist relativ, man braucht nicht wirklich viel, um alles zu haben, was man wirklich will. Also man kann natürlich sagen, der Fantasie sind zwar theoretisch keine Grenzen gesetzt, aber es gibt Glücksstudien, die klar zeigen, ab der ersten Villa, dem ersten Lambo und der ersten Rolex machen die zweite, dritte, fünfte Rolex oder das zweite, dritte, fünfte Haus oder die zweite, dritte, fünfte Limousine machen nicht mehr wesentlich mehr glücklich. Also es gibt ein relativ klares Sättigungsniveau des Glückszustandes, den zusätzlichen Millionen und Milliarden dann nicht mehr weiter nennenswert erhöhen. Also um Geld geht es auch nur bedingt. Sondern es geht um, also Sex und Macht könnte man sagen, sind die beiden großen Antipoden der Menschheitsgeschichte. Um Sex geht es wahrscheinlich den Politikern nur sehr bedingt. Also geht es um Macht. Um Macht geht es immer. Egal was ein Politiker sagt, er sagt es, weil er die Macht will und sie jemand anderen wegnehmen will. Oder wenn er sie hat, sie behalten will. Darum geht es immer im Kern. Wenn man also sich eine Frage stellt, warum wird das gemacht, muss man immer sagen, irgendjemand erhofft sich dadurch Macht, die er haben will, oder baut sie aus, die er hat. Darauf läuft es immer hinaus. Also muss man sagen, hier geht es nicht darum, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern es geht darum, sich Wählerschichten zu verschaffen. Das ist ganz klar. Darum geht es. Zugang zu Justiz, na gut, ist ein bisschen blabla, haben sie sowieso. Mal sehen, was hier noch steht. Durch die Umsetzung des globalen Paktes sorgen wir dafür, dass die Menschenrechte aller Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus während des gesamten Migrationszyklus wirksam geachtet, geschützt und gewährleistet werden. Wir bekräftigen außerdem die Verpflichtung, alle Formen der Diskriminierung, einschließlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gegenüber Migranten und ihren Familien zu beseitigen. Also das ist ein starkes Stück. Nicht nur Rassismus, den man sagen könnte, na ja gut, Menschen vor Rassismus zu schützen, warum nicht? Fremdenfeindlichkeit ist schon ein sehr schwammiger Begriff. Was ist das? Wie definiere ich das? Also selbst beim Rassismus ist die Definition ja heute allen, wird ja heute Rassismus vorgeworfen aus billigen und unnachvollziehbaren Gründen. Fremdenfeindlichkeit ist aber schon ein sehr, sehr ein Gummibegriff. Denn Fremdenfeindlichkeit zu beseitigen bedeutet ja auch, die Liebe zum eigenen zu beseitigen. Das muss man ganz klar sagen. Denn man bevorzugt das eigene, bedeutet letztlich, dass man das Fremde nicht bevorzugt. Ob man das gleich Feindlichkeit nennen will, das ist halt eine propagandistische Zuspitzung. Aber das bedeutet, dass man das eigene nicht mehr gleich, dass man das eigene nicht mehr mehr lieben kann, wie das Fremde. Das bedeutet ist de facto. Und sogar Intoleranz. Ich muss, ich bin also gezwungen zur Toleranz. Per Gesetz. Und das ist ein starkes Stück. Toleranz kann man erbitten. Man kann sie sich vornehmen. Aber sie zu oktroyieren ist eine Katastrophe. Ich sage immer wieder, Tugend verliert ihren Charakter als Tugend, wenn sie zwang wird. Dann zerstört sie ihren eigenen moralischen Charakter. Moral kann man nicht erzwingen, sonst hört sie auf, Moral zu sein. Hier ist Verpflichtung von der Beseitigung. Beseitigung. Wie beseitigt man Intoleranz? In der Regel der Geschichte hat es bedeutet, dass man die Menschen, dann die Menschen beseitigt. Denn meine intolerante Meinung wird man nicht beseitigen. Und ich möchte wagen, hier vor die Zuhörer zu sprechen. Auch die Intoleranz der meisten meiner Zuhörer wird man nicht durch Belehrung beseitigen können. Dem, was da an Kultur kommt, sind, waren, sind und bleiben wir intolerant gegenüber, weil wir es nicht tolerieren können. Ich kann Scharia nicht tolerieren. Ich kann Kinderehe nicht tolerieren. Ich kann den ganzen Islam mit meinem Gewissen nicht vereinbart tolerieren. Den kann ich nicht tolerieren. Ich finde den Islam eine furchtbare, unterdrückende, menschenverachtende Ideologie. Es ist meine Ansicht darüber. Das ist nicht phobisch, das ist nicht aus einer Emotion oder Hysterie ausgeboren. Das ist meine logische Schlussfolgerung durch die Betrachtung der Aussagen dieser Religion. Ich toleriere sie nicht. Ich kämpfe jetzt auch nicht dagegen, indem ich jetzt nur einen Kreuzzug ausrufe, aber ich toleriere sie nicht. Die islamische Religion. Ich finde sie intolerabel. Wie, ob das nun die kulturellen Elemente sind, die man sagt, ja, das ist deren Kultur oder ob man sagt, das ist deren Religion, das ist mir letztlich Wurst. Also ob man das der Religionsschublade oder der Kulturschublade einschiebt, das ist mir Jacke wie Hose. Wenn die Kinder ficken, dann ist mir Wurst, ob die sagen, das machen wir, weil unsere Kultur das so ist oder ob die sagen, das ist unsere Religion, das ist mir egal. Ich toleriere das nicht. Und ich lasse mir auch nicht einreden, es ist nur eine Herausforderung. Wenn wie in Großbritannien tausende Kinder vergewaltigt worden, ist das nicht eine Herausforderung. Wenn hier dauernd Messerirre und Axtmörder durch die U-Bahnen rennen und wir mittlerweile der nächste Weihnachtsmarkt steht ja bevor, dauernd überall Poller und Polizisten mit MGs haben um die Weihnachtsmarkte herum, dann ist das keine Herausforderung. Eine Herausforderung ist was anderes. Eine Herausforderung ist, wenn ich auf ELO Stufe 2000 mich meinem Schachcomputer stelle. Das ist eine Herausforderung. Aber wenn unsere Weihnachtsmarkte von Maschinen gewährten Soldaten und Polizisten mittlerweile beschützt werden, von Pollern umringt, damit nicht irgendeiner der Bereicherer in unsere Bürger fährt, wenn in anderen europäischen Ländern tausende Mädchen und Frauen vergewaltigt werden und alle Woche ein Axtmörder oder ein Messermörder durch die Gegend springt, dann ist das keine Herausforderung und das ist nicht tolerierbar. Alle Teile der Gesellschaft umfassender Ansatz, das heißt, es geht hier, alles wird durchorganisiert, das hat wirklich etwas vom Faschismus. Der globale Pakt fördert breit angelegte Multiakteur Partnerschaften, die sich mit der Migration in allen ihren Dimensionen befassen und Migranten, die Diaspora, lokale Gemeinwesen, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, den Privatsektor, Parlamentsabgeordnete, Gewerkschaften, nationale Menschenrechtsinstitutionen, die Medien und andere relevanten Interessenträger in die Steuerung der Migration einbinden. Das ist Hitler 1A. Das ist Hitler 1A. Ich weiß, Hitler-Vergleiche machen sich immer schlecht, aber das ist, das ist wie Hitler, Goebbels und Co. den Staat organisierten. Alle werden eingebunden und einem Ziel verschworen. Das ist Faschismus. Das kann man nicht anders nennen. Es ist Faschismus. Die Gemeinwesen, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaften, der Privatsektor, die Gewerkschaften, die Menschenrechtsinstitutionen, die Medien und alle Interessen Vertreter, Träger werden dem Ziel der Migration untergeordnet und darauf eingeschworen. sie legen ihre Ziele und ihre Meinungen nicht mehr selber fest, sondern sie werden ein paar UN-Pakt dazu angehalten, sich alle diesem Ziel zu verschwören. Das ist das, was Hitler und Goebbels in der Vereinheitlichung des Nazireichs gemacht haben. Das war nicht mehr, was die Gewerkschaft selbst will und denkt, es war nicht mehr, was die Privatwirtschaft selber will und denkt, was die Organisationen, Interessenträter, Vertreter und so weiter, Medien, nicht mehr, was sie denken, sondern was per Staat, per Dekret ihnen vorgeschrieben wurde, zu denken, wofür einzutreten, wobei sie ohnehin zu einem erheblichen Teil schon ohne diesen Zwang, ohne diesen Pakt in diese Richtung gebracht worden sind. Der Zustand wird dann als Pakt quasi auch gesetzesmäßig verankert als der einzig richtige. Das ist in höchstem Maße schockierend. Einzelne Punkte, die hier rot gemarkert sind. Freiheitsentziehung bei Migranten nur als letztes Mittel. Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen. Also alle haben sofort Anspruch auf Sozialstaat. Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fakten beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der Wahrnehmung von Migranten. Das ist schön. Die Leute, die uns von morgens bis abends anlügen wie gerotzt erzählen, uns was von auf Fakten beruhend. Das ist dreist. Da haben wir es nochmal. Politikgestaltung, die auf nachweisbaren Fakten beruht. Putnam-Studie nachweisbares Faktum. Multiethnische Gesellschaften funktionieren nicht. Das ist ein Faktum, das ist nachgewiesen, das ist Wissenschaft. Man muss sich nur einmal in Luhmann soziale Systeme wirklich einlesen, dann weiß man, dass ein Massenzuzug von verschiedenen Völkerschaften immer eine Verschlechterung bedeutet. Das ist faktisch so. Und diese Leute wagen es in ihr Papier Politikgestaltung, die auf nachweisbaren Fakten beruht, hinzuschreiben. Das, was da steht, ist etwa so faktisch wie Grimms Märchen. Dagegen sind die Geschichten von Pinocchio Tatsachen berechte. Dass sich der Boden nicht öffnet und diese Leute gerade wo sie stehen verschlingt, dass sie die Stirn haben permanent davon zu reden, dass ihre Scheiße auf Fakten und Objektiv sei. Eigentlich ist es ein Papier gemachter Irrsinn. Verpflichtung diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurück liegen. Also wir fahren in den fernsten Kral und holen alles her. Kein Wort davon, dass es erschöpfbare Ressourcen gibt. Kein Wort davon, dass man nur umverteilen kann, was erwirtschaftet wird. Überhaupt kein Bewusstsein dafür. Wenn wir Massen hierher bringen und am Schluss liegt hier alles am Boden, weil wir zersplitter Gesellschaften haben, dann ist am Schluss auch nichts mehr zu verteilen. Jenseits jeder Realität. Ich überfliege es weiter noch hunderttausend mal Menschenrechte geachtet. Da sind Selbstverständlichkeiten, dass die nach Deutschland, die kommen ja nicht nach Deutschland, waren hier gefoltert, mein Gott. Unglaublich. Also, ich linke es unten, ihr könnt es selber mal noch weiter fliegen, hier kommt unglaublich viel, aber es geht natürlich in diesem Tenor weiter. Ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Elemente hervorgehoben und ich will mich mit diesem Thema auch nicht ausführlich befassen. Also, ich bringe jetzt nicht drei, vier, fünf Videos über das Thema. Jedenfalls habe ich es erstmal nicht vor, weil es doch eine sehr komplizierte Einarbeitung fordert und da und da sind andere organisiertere Gruppen gefragt, das zu machen. Also, AfD und Identitäre Bewegung sind da vor allem gefragt. Denn sich mit so etwas zu befassen und das informativ aufzuarbeiten, ist das, was ein einzelner Mann noch geradezu einer, der auch nicht juristisch und diese juristische Sprache nicht drin ist, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen jenseits meines Vermögens. Ich wollte aber unbedingt einmal ein Video dazu machen und meinen eigenen Kommentar dazu klar genug sagen. Ich kann nach wie vor nicht ermessen, wie brisant dann es tatsächlich ist, weil, wie gesagt, beschlossen wird viel, wenn der Tag lang ist in der EU. Ja, in der EU auch, aber in der UNO insbesondere natürlich. Also, das ist so ein bisschen noch, wo man sagt, dass man sich vielleicht nicht zu verrückt machen lassen darf auch. Aber man muss sich schon klar dagegen jetzt erheben. Also, dass wieder diese Dinge nur bekannt waren, kurz bevor sie beschlossen waren, das ist etwas, was mich an dieser ganzen Scheiße fast am meisten ärgert. Eine solche gewaltsame Umänderung, Veränderung nicht nur unserer Gesellschaft, sondern der Welt, wäre doch etwas, das man erstmal lange diskutieren müsste, in der Öffentlichkeit. Nichts davon hat man gemacht. Eigentlich wollte es fast geheim unter verborgenen, hinter verschlossenen Türen beschlossen werden, möglichst alles an Aufmerksamkeit vermeiden, was auch vor das schlechte Gewissen der Leute spricht und klar, dass es gegen den demokratischen Willen der Gesellschaften ist, weil wenn man sich der Mehrheit sicher wäre, würde man gerade die Öffentlichkeit suchen. Wenn man die Öffentlichkeit meidet, gibt es nur einen Grund dafür, man weiß, man hat die Mehrheit gegen sich. Man muss immer machtaktisch denken, das tun diese Politik dauernd. Es gibt nur einen Grund, dass sie es verborgen halten, sie wissen, es ist eine Schweinerei, sie wissen, die meisten sind dagegen. Das ist der Grund, warum es im Verborgenen passiert. das Gute scheut das Licht nicht. Gut, ich lasse euch damit erstmal in den Abend oder in den nächsten Tag, wann immer ihr das Video hört, es sind natürlich, was man da liest, ist einfach schockierend. Also wenn man dann da liest, wie gesagt, dass alles an Teilen, alle Teile der Gesellschaft sollen eingeschworen werden auf das Migrationsziel, das ist wirklich Hitlerei. Das ist ein Verständnis von Gesellschaft, wie es Adolf gehabt hat. Die Einschwörung aller Gesellschaftsteile auf das eine, auf ein Ziel. Das ist Hitlerei. Das kann man nicht anders mehr nennen. Und das ist, dass das, dass so etwas in einem Pakt drinsteht, den Deutschland anschickt, sich zu unterschreiben oder zu unterschreiben, für sich gültig zu machen. Das ist schockierend. Wenn auch leider nicht überraschend. Gut, ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen.